Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Golf Review Friends Und wir spielen hier Oasis Es ist die Wüsten Map Oh 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 Und gleich haben wir erstmal versagt hier So Wir müssen eigentlich durch dieses Loch fallen, aber Oh nein Ei 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 Und ich habe gehört, oh jetzt habe ich mich verklickt Oh nein ich habe mich verklickt Oh das könnte auch was werden Ernsthaft Nein Ist das euer Ernst? Drei Schläge Oh nein Das gibt es doch nicht Irgendwie ist meine Maus komisch Gerade Die ist ganz komisch irgendwie Die lässt früher los als ich will Freigeschalten Ein paar Ja Wäre jetzt auch gelacht gewesen Anderthalb haben sie gesagt Anderthalb haben sie gesagt Anderthalb war zu viel Jetzt vielleicht anderthalb So Super Meine Freunde So beeindruckt mich Der andere ist auch schon weg Der andere hat auch schon gewonnen 2-1 2-1 Ist noch da Ha 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 Yes Correct Und Bäm Und Bäm Ernsthaft Fast Da ist jemand vorbeigesprungen Aiai 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 Na komm Noch einmal schaffst du Sehr gut Ja Und holen Sehr gut Oh Und das ist appointment Hat auch holen Ja Und der hat holen Nee 2 Ich habe aufgeholt Um einen punkt Das gefällt mir Oh Fast geschafft Upsalab Meine Maße Wieder zur zeitlich losgelassen Nein Zu viel Speed Zu wenig Speed Jetzt Die anderen sind schon weg Hier ist auch noch jemand Das war zu wenig Fick Die Möp ist anders geworden Oh Ich habe jetzt gerade gedacht Fast holen Mann Das wäre Awesome gewesen Der hat zwei Schläge Ich habe drei Ich weiß nicht warum hier manche wirklich so Hotcore gegen die Wand spielen Die kann man doch ganz einfach an der Wand Entlang rollen lassen Loll Nicht nicht Oh Dauer gut Na ich lieg nicht gerade genug Boah Wenn der jetzt stehen geblieben wäre Das spiel ich immer gerne nach oben Bleib stehen Und da drüber So Jetzt habe ich auf jeden Fall aufgeholt Weil der kommt nämlich auch nicht dort lang Hehe Und Yes Vorbei Und zwei Punkte aufgeholt Super 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 Fünf Punkte Trennen uns noch Mal sehen wer gewinnt Hier muss man jetzt ins Wasser ziehen Oh nein Ich bin doch so dumm So gespringt es war zu zeitig Ernsthaft Gibt es das Und Gleich rein Boah Mensch 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 Und wieder meine zwei Punkte verloren an dem modus disappointment so das kann man in holen und schaffen das habe ich schon mal gesehen bei jemanden aber es ist sehr schwierig weil man sich so anstellt full speed und jetzt jetzt nicht und ich glaube auch jetzt ja ja schon gut aus so gut sie sehen also sei es mit full speed machen kann aber ich weiß gar nicht wie viel schläge ich gebracht habe ich glaube vier fünf gleichstand in das habe ich nichts verloren nichts gewonnen aber gleich kann so hier rum mache ich immer man das war zu knapp zu auf zu auf ernsthaft auf zu auf ernsthaft der kriegt sich hin das ist sehr gut können wir ein paar punkte aufholen das hat erst von der trüben hier rüber gerutscht da hätte ich vielleicht mal mehr darauf achten sollen so und geht noch mal zu super kommt noch rein so dämlich sowas ganz genau abschätzen so circa den winkel dann könnte man ins loch schaffen und ist aber zu weit ok mal sehen wie das jetzt ich habe gehört drin sind neue maps full speed wo bin ich hier drüben bitteschön abgeprallt kann mir das mal jemand sagen ich stelle mich gerade ich muss mich mal mehr konzentrieren oh guck mal da ist jemand geläftet die map ist anders oder keine ahnung na fast dann bestimmt auch vier fünf mit 1 aufgeholt wenn ich hier so den macht dann müsste ich eigentlich das schaffen fast zu wenig es ist ein trick genau den trick ich habe mich das naja ich versuche mir das macht ist das ist auch noch ja auch fünf da sechs komm es noch ein das ding um so noch vier ich hab die um falsch abgesehen so eventuell ich mach Fehler nicht so viel Spiel und dafür so und das gleiche nochmal hier und ich glaube will ich zu viel verraten aber da verkackt sich das gerade irgendwie so dass ich auf dem ersten platz rutsch komm es ist ja jetzt machbar ich glaube wir haben jetzt gleichstand ein punkt der letzten map und die wurde verändert und ich hab die noch nicht gespielt ich sag krass und was jetzt hier ok und hier vorne irgendwie an den fuß kommen das war auch meine absicht ohne ich bin sogar rausgefallen da schade ja meine lieben freunde da war es das mit dieser map und ich wünsche euch noch viel spaß auf meinem kanal ciao leute tschüssi schönen tag wünsche ich euch aha guck mal hier ist noch jemand und hier